Willkommen zurück bei Leave it within. Mein Gott, dieses Spiel zieht sich. Ähm... Mal schauen. Was wir tun. Wir gehen jetzt hier raus. Gehen nicht hier. Sondern gehen hier lang. Gehen nicht hier lang. Sondern gehen hier lang. Alles klar. Ach, das ist wieder so ein Doppelkopf hier. Alles klar. Ähm, hallo? Okay, genau. Ja, ich weiß. Ich hab gerade wieder zu Puffen. Jetzt mal wahrscheinlich. Ich überdenke, wofür eigentlich. That's new. Das war neu. Ähm... Ähm... Das Problem ist, ich bin so ultra langsam. Ich bin so. Oh, das liegt mir so richtig. Use another bitch. Geht da nicht rein. Ja, nein. Muss ich jetzt ernsthaft? Das ist schlecht. Aufpassen, Halt's mal. Also rechts ist eine Truhe. Hm, lecker Zapper. Ich muss mir dringend was spritzen. All right. Ich wollte gerade sagen, lange nicht mehr gemacht. Aus gutem Grund. Aus gutem Grund habe ich das länger nicht mehr gemacht. Oh, Kältewoll ist ein Nais. Oh, Kältewoll ist ein Nais. Ich seh, wie soll ich denn die Fallen unter Wasser sehen? Außer das kurze Aufblinken von... Dass ich sie entschärfen kann. Verteilerkastensicherung. Hochspannsicherung in der Verteilerkaste funktioniert noch und kann erneut verwendet werden. Was auch immer. Wasser abdrehen oder was? Vorsicht aber mal zwischendurch noch hinter mir oder so. Ich glaube, ich senke jetzt das mal mehr. Ja, aber nicht so noch nicht weit. Das Problem ist... Jetzt kriege ich sich wieder irgendwo eine Falle an. Ich sollte jetzt Angst bekommen. Okay. Bin mir grad noch nicht ganz sicher, ob das jetzt mein Freund oder mein Feind ist. Wenn ich raten müsste, ist es mein nächster Boss, den ich besiegen muss. Aktuell finde ich ihn aber ganz hilfreich. Muss ich halt gestehen. Aktuell ist er ganz hilfreich. Der Kraken. Jetzt habe ich Lust, mal wieder fluchte Rewee zu gucken. Krakeldidu. Krakeldi hey. Safe. Safe. Würde ich auch machen. 10 out of 10. Ich hab was gehört, ja. Hab mich umgesehen und war da noch ein bisschen verwirrt tatsächlich. Ich hab jetzt schon. Okay, jetzt kann ich da noch. Okay. Kann ich mich bewegen heute? Oh, that's bad. Obwohl. Ich glaube, es ist keiner. Es ist aber besser für mich, weil... Dann. Ah, wollte ich gerade sagen, kann ich jetzt daran drehen. Aber nein, das kann ich aktuell nicht. Nein! Ich hätte beide erwischt! Ich hätte beide erwischt! Nur natürlich nicht. Ich bin tot. Nein. Danke für diese scheiß Streicherzahl. Gut, dass ich davon 30 Stück habe. Aaaaaah! Alright. Na, du bist Nummer 1. Gute Weise wirst du weg. Ich bin Glück Louis. Ich bin ich zum nächsten Mal. Und gleich vom auf hamster. Ich bin ich glücklich. Zum pupil differenz 중에 So, damit sind die Wichtigen Für dieses Rad Weg Dann kann ich jetzt nochmal genau das gleiche machen Was ich gerade gemacht hab Wenn ich hier einfach durch rein Das hier einsetzen Den stundenlang zugucken Was jetzt passiert Okay Ja, werdet, kommt hier mal her Da bin ich Wo kommst du denn jetzt her Warte nur zu dritt Burn, baby, burn, burn Ja, wo komm, wo komm, wo komm,干st Seriously, wo komm die her utility Hit me! Ich weiß wohl nicht was ich jetzt gemacht hab. Wahrscheinlich. Ob ich da jetzt irgendwas Gutes für mache. Oh, ich kann das nicht wieder rausnehmen. Ich dachte ich müsste jetzt gegebenenfalls das Strom-Ding wieder mitnehmen. Äh, die Rapport ist nein. Das muss ich nicht. Ich brauche das nicht. Wo ist der Typ, der hier aufschickt? Da. Spawnen die erst, wenn ich... Ich fürchte, der Rest Spawn quasi ist. Wenn ich das hier tue. Das ist schön übrigens, da kommen Sachen raus. Ich hab das verstanden. Dankeschön. Ich hab das nicht in einem Schiff. Das ist so zufrieden. Das hast du doch nicht vor. Da. Du zum Beispiel. Spawns, Alter. Was für Scheiße. Das ist echt Opo. Wir bauen beide hier. Okay, diesmal wissen wir, wir können direkt durchgehen. Also wir müssen nicht nochmal da runter. Da hinten hin. Wir können direkt hier lang. Das war die Taste. Um jetzt hier lang zu gehen. Keine Ahnung, da ist eine Falle. Was hat dieses Riesenei dazu bedeuten? Ich bin in eine Art Nest geraten. Ich will nicht so viel Gel. Ich will Muni, Leute. Wer ist da? Oh, ich bin sogar Max Muni. Achso, Alter. Hinter mir ist wieder zu. Ich bin nicht klar. Entschuldigung. Welche? Der nächste Bossraum, oder was ist das? Ähm... Ähm... Leute. Euer Ernst. Ähm... Okay, gebt mir Bison und Schrotmonet. ... ... ... ... ... Da hat es gerade alles hier. Ich habe gerade Musik gehört. Ah, hier. Ups. Das ist nur ein Kartenfall. Ich dachte jetzt, das wäre wieder so eine Aufzeichnung, was mit meiner Frau passiert ist. Nö. Dann speichern wir. Und haben noch einen Schlüssel. Können noch mehr Gel verpulvern. Aber es ist eigentlich, ja. Die Effekte, die das Gel gerade machen, sind eigentlich mehr oder weniger zu verachten. Ich glaube, ich spare Gel jetzt mal auf. Wie viel habe ich? 8000. Ich warte mal, bis ich 25.000 habe. Dann kann ich vielleicht damit noch etwas Sinnvolles anstellen. Ja, ich warte jetzt ein bisschen mit meinem Game. Weil, ja, macht ja, macht ja doch keinen Unterschied. Wo ist Missy? Keiner weiß es. Okay. So, wir machen mal. Wir gehen mal noch zu dem Kraken. Oder zu Tentakli Parkli. Keine Ahnung. Wir haben gespeichert. Wir sehen das. Scheiße. Das ist im Arsch. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 weil er das Lift und Supply eingeschaltet hat. Verdammt, sehe ich aus wie ein Elektriker? Ne, ich hab den Lift ausgeschaltet. Geht's hier zur Supply? Ach so. Kann ich drehen? So. Ähm. Was muss ich denn tun? Ich muss den Aufzug anmachen. Okay. Das ist irgendwie scheiße. Ich hab nicht die richtigen Teile. Okay. 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 aber fast das war ja ne gute Spritze der auch nicht gegolten hat die hat gegolten ich finde ich mag den was gut schon oh ich bin dass ich auch schon mal Ist es geheilt? Ich habe eine Spritze von euch. Ich habe gedacht, dass ich bis jetzt gar nicht so schlecht schreibe. Ich habe kein Problem mehr. Ich habe kein Problem mehr. Ich bin tot. Ich kann mich auch nicht mehr heilen. Beziehungsweise muss ich gerade stillstehen, damit ich bald wieder laufen kann. Ich weiß, ich müsste euch jetzt töten, damit... Ich weiß nicht, ob der sich da heilt. Ähm, hab ich ihn gerade besiegt? Äh... Ähm... Ich muss mich mal eben ausruhen. Ihr wisst schon, dass ich jetzt natürlich sofort zurückrenne, weil... Pfff! Ich hab keine Lust noch gegen den zu kämpfen. Sagen wir's mal einfach so. Und er hat mir gerade 10.000 Dinge gegeben. Ich bin mit 23.000 zu erreichen. Ich bin nicht ganz... Okay, ich mach einfach mal eben hier. Vorsicht, sag mal. Ich glaube, da machen wir auch einen Cut. Ich sage bis zum nächsten Part, für's Zuschauen Videos. Euer Hedi. Wir gehen. Wir gehen. Vielen Dank.